Wer kennt das nicht? Man besucht einen Club, zahlt, Eintritt und feiert. Aber wie wäre es denn damit, wenn man in einen Club geht, zahlt und auch noch etwas zurückbekommt? Diese Möglichkeit gibt nämlich eine Partyreihe namens handyparty.de und darüber möchte ich mich mit meinem Gast unterhalten. Der Erfinder und kreative Kopf dieser Veranstaltungsreihe ist nämlich mein Gast, Michał Jankowski, und er kommt nicht nur alleine, nein, er bringt auch noch fünf tolle Packages mit, denn diese könnt ihr bei mir an dem Abend abgreifen. Wann? Na ja, am Samstagabend hier bei Hamburg 1. Einschalten, aufpassen, mitnehmen.